Es sind sehr schöne Armbänder, die Motive sind sehr schön, sie glänzen, alles sehr gut verarbeitet, auch die einzelnen Perlen, macht einen sehr schönen Eindruck, keine Billigware, die verschlüsselnden, wie man es kennt, zum eng zusammenbinden, auch das Armband hier, wunderschön, genau, passt auf Erwachsenenhände, passt auf Kinderarme, also man sieht, ich habe hier noch sehr viel Platz, so, bei mir ist da noch sehr viel Platz bei den Perlen, wenn das stört, kann man das ja auch leicht kürzen, das ganze, einfach einen neuen Knoten hinter die Perlen machen und dann eben nur ein Stück, neun Knoten hinter die Perlen machen, ein Stück eben kürzen und so ein Stück lassen, dass man es natürlich wieder etwas öffnen kann, das ganze, um es wieder abzubekommen. Ja, hier vorne kann man es noch etwas lockern, dass es alles lockerer sitzt, sehr schöne Motive, als Mitliebsel im Adventskalender oder einfach so, ganz schön.